Gesichert, rechtsextrem, bunt, gerecht und natürlich die Brandmauer. Ihr habt diese Wörter bestimmt schon mal gehört. Es sind Propaganda-Wörter, Wörter einer neuen Propagandasprache. Der deutsche Bürger ist rund um die Uhr in Propaganda eingehüllt und dazu gehört dieses spezielle Propaganda-Lexikon mit den vielen Propaganda-Begriffen. Ich habe mit eurer Hilfe eine Auswahl dieser aktuellen Propaganda-Wörter zusammengestellt und ich will sie hier euch vorlegen. Wenn euch weitere Wörter einfallen, lasst es mich unbedingt wissen, hier als Kommentar bei YouTube. Die meisten unserer Mitbürger merken gar nicht, dass sie von Propaganda-Sprache umgeben sind. Es geht ihnen wie dem Fisch im Wasser, der sich seiner flüssigen Umgebung nicht bewusst ist. Wenn wir aber schon Heringe sind, dann wollen wir zumindest kluge Heringe sein. Hier also eine sehr unvollständige Liste aktueller Propaganda-Begriffe und jeweils eine total ernst gemeinte These zu ihrer wahren Bedeutung. Wir fangen an mit alternative Fakten. Dieser Begriff wird zumeist im ironischen Sinn verwendet. Der Ausdruck wurde bekannt durch die Trump-Beraterin Kellyanne Conway. Link dazu in der Textversion. Übrigens, die Links zur Textversion und zur Videoversion stehen immer in der automatischen E-Mail-Benachrichtigung. Wenn ihr die noch nicht bekommt, einfach schnell nachholen. Link ist hier in der Beschreibung. Interessanterweise begann die Bedeutung von alternative Fakten als Euphemismus für Unwahrheit oder Lüge. Doch inzwischen steht alternative Fakten, tatsächlich, also worauf es sich wirklich bezieht, für Fakten, deren Nennung erst die Regierten und infolgedessen dann auch die Regierenden verunsichern würde. Alternative Fakten, wie zum Beispiel zu gewissen nebensächlichen Wirkungen bestimmter Medikamente. Erst alternative Fakten und dann plötzlich selbstverständliche Nachricht. Okay, B wie Bund. Bund wird verwendet in Slogans wie Solingen bleibt Bund. Damit soll signalisiert werden, dass man die Ansiedelung von Kulturen begrüßt, deren Moral und Gepflogenheiten in einigen Einzelfällen, nicht in allen Fällen, in einigen Einzelfällen westliche Werte ausschließen. Einzelfall ist übrigens auch ein Propagandawort, aber inzwischen hat es sich abgenutzt und wird nicht mehr so häufig verwendet. Deswegen kommt es hier nicht vor, aber ich habe es da noch erwähnt. B wie Brandmauer oder Brandmauer gegen Rechts. Regierungskritik und Opposition sind quasi ein höllisches Feuer und gegen Feuer errechnet man eben Brandmauern. Es gibt wohlgemerkt keine Brandmauern gegen Linksextreme, gegen kommunistische Demokratiefeinde, gegen Ökoterroristen und Islamisten. Im Gegenteil, die werden sogar teils direkt oder indirekt vom Staat finanziell gefördert. Auch dazu ein aktueller Link in der Textversion. Da wird nicht Brandmauer errichtet, da wird Öl ins Feuer gegossen. Und dann B wie Bürgerdialog, eine Propagandaveranstaltung, bei welcher ausgewählte Parteifreunde als normale Bürger auftreten und Stichworte geben, auf welche hin die Regierenden dann ihre Talking Points absondern können. Lustige Ausnahmen bestätigen da übrigens die Regel. Und Delegitimierung von der Innenministeriumsbehörde Verfassungsschutz erfundener Fantasiebegriff als Begründung für geheimdienstliche Ermittlungen gegen eigentlich jegliche Regierungskritik potenziell. Die vollständige Langform dieses Ausdrucks ist verräterisch und zwar verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Link dazu verfassungsschutz.de in Textversion. Was ist aber relevant für den Verfassungsschutz? Alles, was irgendeiner dort irgendwie relevant findet. Ohne Verfahren, ohne Anklage. Wenn es jemand dort relevant findet, ist es relevant. Ironischerweise ist zum Beispiel für mein bürgerliches Gefühl der Verfassungsschutz einer der prominentesten, prominentesten moralischen Delegitimierer des Staates. Und dann D wie Demokratie. Demokratie wird heute verwendet im Sinne von Macht der Etablierten. Viele Nachrichten und Verlautbarungen klingen schräg und falsch und unvollständig. Und erst wenn ihr das Wort Demokratie durch Macht der Etablierten ersetzt, ergeben die Aussagen plötzlich Sinn. Sie ist zum Beispiel, wir kommen noch dazu, unsere Demokratie. Und dann ein Demokratiefeind. Ist im Prinzip jeder, der die unhinterfragbare und absolute Macht der Etablierten eben doch zu hinterfragen wagt. Und dann natürlich Demokratieförderung. Das bedeutet, wir geben dir Geld. Wir geben dir viel Geld, wenn du der Macht der Etablierten zustimmst. Auch relevant beim Stichpunkt NGOs. Wir kommen dazu. Demokratie stärken. Es ergibt erst dann wieder einen Sinn, wenn man Demokratie durch Macht der Etablierten ersetzt. Nicht wahr? Demokratische Mitte. Ähnlich. Da ist allerdings der gesamte Ausdruck. Demokratische Mitte eine Umschreibung für etablierte Macht. Was nicht in dieser demokratischen Mitte ist, ist undemokratisch. Denn es ist nicht etablierte Macht. Demokratische Parteien ist ein orwellisch gegenteiliger Begriff sogar. Und es bezeichnet alle Parteien, die sich einig sind, keine inhaltliche Opposition zuzulassen. Vollständig austauschbare Parteien. Nicht wahr? Das haben wir jetzt im Osten erlebt, wo die SPD mal den CDU-Wählern ihre eigenen Wähler zuschanzte. Und dann wieder andersrum. Vollständige Austauschbarkeit. Es ist egal, wen du wählst. Also demokratische Parteien sind die Parteien, bei denen es keinen Unterschied macht, wen du wählst. Das ist nicht die Bedeutung, die die damit verbinden wahrscheinlich. Aber das ist die, auf welche es tatsächlich referiert. Und dann D wie Desinformation. Delegitimierung, Demokratie, Desinformation. Fast hätte ich da ein anderes Wort gesagt, was mit Desinf beginnt. Desinformation, im Prinzip alles, was nicht in der 20-Uhr-Propaganda in der ARD läuft. Selbst die simpelsten Wahrheiten und Fakten über die Welt sind Desinformation oder können im Prinzip Desinformation sein, solange bis die 20-Uhr-Propaganda sie nicht ausgestrahlt hat. Oder sie sind solange Desinformation, wie sie nicht in der 20-Uhr-Propaganda liefen. Und dann E wie erneuerbare Energien Strom aus Naturzerstörung. Weder nachhaltig noch zuverlässig. So eine Windmühle ist Sondermüll, wenn sie kaputt ist. Und manche sagen, dass sie auch während ihres Betriebs schon Sondermüll, fein gemahlene Kunststoffe absondert. Diese enorm erneuerbaren Energien sind weder nachhaltig noch zuverlässig, weshalb Strom dann aus Kohle und Atom im Ausland zugekauft werden muss. Dann gehe wie gesichert rechtsextrem, wie Delegitimierung ein postdemokratisches Propaganda-Wort, das politisierte Verfassungsschutzbehörden einsetzen, um die Opposition zu dämonisieren. Allerdings auch mit praktischen, nervigen Konsequenzen für die derart angegriffenen Oppositionellen. Bedenkt, wenn irgendein Beamter jemanden für gesichert rechtsextrem erklärt, dann hat das für ihn durchaus Konsequenzen. Aber es ging dem kein rechtsstaatliches Verfahren voran. Hass und Hetze. Kritik an Regierungspolitik und demokratiefeindlicher Ideologie. Einst bezog es sich nur auf Kritik an Migrationspolitik oder an offene Grenzenpolitik, an der Förderung illegaler Migration. Heute kann auch Politikkritik, also Kritik von Politikern unter Hass und Hetze laufen. Und es ist ein außerrechtlicher Begriff, der aber polizeiliche und andere Konsequenzen oder so scheint es, haben kann. H wie Herausforderung bedeutet, wir haben es vermastelt, ihr müsst es ausbaden. Und das wird unter anderem auch in Unternehmen verwendet, nicht nur in der Politik. Klarer Regierungsauftrag. Okay, das hätte unter R auch laufen können. Das bedeutet im Prinzip, egal wie krass wir Land und Wirtschaft kaputt machen, ihr seid selber schuld, denn ihr habt uns gewählt, ganz bestimmt. Vor allem mit den Briefwahlstimmen. Auch wenn ihr eigentlich jemand anders als stärkste Partei gewählt habt, habt ihr doch den klaren Regierungsauftrag. den demokratischen Parteien gegeben. Klimaneutral. Verschiebung von Geld an Klimaspekulanten. Stichwort Öko. Klima. Was war das? Nee, CO2-Zertifikate. Klimawandel. Seit Jahrmillionen ändert sich das Klima von selbst. Mit Hitze und Kältewellen, Dürren und Überschwemmungen und allem Möglichen. Jetzt aber ist es plötzlich die Schuld und Verantwortung der Konsumenten ausschließlich im Westen, den Klimawandel durch Mehrkosten und Verzicht aufzuhalten. Nicht wahr? Nicht die Staaten, die den Großteil des Mülls ins Meer pumpen oder die Konzerne, die den Großteil des CO2-Ausschusses produzieren, müssen das Klima retten. Nicht die ganzen VIPs, die mit ihren Privatschats nach Davos fliegen. Nein, das Klima muss von dir und deinem Verzicht auf Plastikstrohhalme gerettet werden. Ah, Freunde. Okay, jetzt wird's schwierig, lustig, auf jeden Fall. Bemerkenswert. M wie Mann. Eine Stadt sucht einen Mann. In den Nachrichten sollte ja eigentlich so journalistische Prinzipien, ein Verdächtiger oder ein Täter, gerade ein Täter, so präzise beschrieben werden, wie dies durch die Informationen, durch die vorliegenden Informationen eben möglich ist, sinnvoll möglich ist. Oder so präzise, wie man die Wahrheit aussprechen darf, ohne gegen das Narrativ zu verstoßen. Und um diesen zweiten Fall geht es, wenn man nur Mann sagen darf. Eigentlich weiß man sehr viel mehr über diesen Mann. Doch durch den UN-Migrationspakt, auch durch diesen, darf man nicht Mann oder mehr als Mann sagen, denn dann würde man die Folgen illegaler Migration eventuell nebenbei sichtbar machen. Und das soll explizit durch den UN-Migrationspakt verhindert werden. Also jedes Mal, wenn ihr Mann lest, sagt, danke UN-Migrationspakt, dass ihr uns von mehr Details verschont. M wie menschenfeindlich. Eigentlich jeder, der nicht bestätigt, dass es nicht so viele Geschlechter gibt, wie es Buchstaben im Alphabet gibt, mindestens. Oder M wie Menschenrecht. Männer haben sehr viel Menschenrecht. Fordert aber der deutsche Michel auch Menschenrecht für sich, dann ist er demokratiefeind- und verfassungsfeindlich. Besonders, wenn er auf die im Grundgesetz verankerten Rechte und Werte pocht. Moral. Alles, was die Regierung gerade tut. Für eine genauere Definition siehe, mein Buch Relevante Strukturen, Link ist im Text. N wie Nazi. Zu Nazi siehe Regierungskritiker. Ich will mich ja nicht wiederholen. N wie NGOs, wörtlich Non-Governmental Organizations, auch Zivilgesellschaft genannt, erinnern ein wenig an den Verfassungsschutz. Es sind Vereine, die mit dem Geld der Regierung, beziehungsweise der Steuerzahler oder auch mal internationale Akteure, die schmutzige Arbeit der Politik außerhalb demokratischer Kontrolle erledigen können. Will ein Politiker eine Demonstration für einen bestimmten Zweck anregen? Will er private Gerichtsverfahren führen, aber nicht privat dafür bezahlen? Für all diese Zwecke könnte sich eine NGO finden, die zufälligerweise von diesem Politiker im Amt dann mitfinanziert wurde. Ich sage nicht, dass das so ist, aber es könnte sein. Plattform bieten. Vor allem als keine Plattform bieten. Es ist ein Euphemismus für Zensur in Kooperation mit NGOs, nicht wahr? Laut Grundgesetz ist es verboten, dass ein Politiker sagt, das darfst du nicht sagen. Aber man kann ein Gesetz erlassen, das die Plattform verbietet, Plattformen, das den Plattformen anordnet, bestimmte Inhalte zu löschen. Und welche Inhalte das sind, werden von NGOs festgelegt. Das ist dann Hass und Hetze, keine Plattformen bieten. Offiziell hat man keine Zensur gemacht. Praktisch hat man aber ein Gesetz erlassen, dass Plattformen löschen sollen nach den Vorgaben von NGOs, die von der Politik finanziert werden. Wobei mit diesem Demokratie-Förder-Gesetz geht man inzwischen auch recht offen dahin, dass man sagt, wir wollen auch Dinge löschen und verhindern, die legal sind, aber uns nicht passen. Okay. P wie Putin-Versteher. Ist im Prinzip jeder, der fragt, warum wir Milliarden Euro in einen Krieg pumpen und damit viele tausend Soldaten auf beiden Seiten in den Tod schicken, in einen Krieg, der vom ersten Tag an verloren war, wie Experten sagten. Wer das fragt, ist Putin-Versteher. Und die Antwort auf diese Frage, könnte man natürlich beim Profit von westlichen Waffenherstellern und plötzlich im Reichtum einige, auch ukrainische Politiker, finden oder zu finden versuchen, aber wer das fragt, der ist ein Putin-Versteher. Okay. Er wie Regierungskritiker, dazu siehe Nazi. Ich will mich hier jetzt nicht wiederholen. Resilienz. Ähnlich ein bisschen wie Toleranz, ein älteres Propagandawort. Resilienz bedeutet, leidet weiter und haltet die Klappe dabei. Es wie soziale Gerechtigkeit. Das bedeutet, du zahlst viel Geld und hast nichts davon. Solidarität, siehe soziale Gerechtigkeit. Und wenn du Solidarität oder soziale Gerechtigkeit etwas doof findest, dann siehe Nazi. Transformation ist quasi ein Euphemismus für Raubzug durch internationale Spekulanten. Und wenn du das kritisierst, dann bist du ein Doppelt-Nazi. Umstritten. Umstritten ist eine letzte Warnung, ist eine Vorstufe zu Nazi. Unsere Art zu leben, das ist besonders schillernd. Was Politiker wirklich meinen, wenn sie sagen, unsere Art zu leben, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen, das ist nur etwas Unklar, etwas nebulös. Die wörtliche Bedeutung könnte ja eigentlich als gesichert rechtsextrem bewertet werden. Ja, weil was tut etwa die einzige inhaltliche Oppositionspartei anderes, als unsere Art zu leben, verteidigen zu wollen. Und dafür ist man doch gesichert rechtsextrem. Also was meinen Politiker, wenn sie das sagen? Es taucht als Propaganda-Vokabular auf nach Terroranschlägen, als Reaktion auf Terroranschläge durch Männer. Und dann unsere Demokratie, besonders populär in letzter Zeit. Es ist ein orwellischer Gegenteilbegriff, der das Gegenteil von Demokratie bedeutet, nämlich die dauerhafte Besetzung politischer Funktionen durch etablierte Parteien und Machtzirkel oft auch durch bestimmte Personen. Also unsere Demokratie bedeutet quasi ein Eigentumsverhältnis und ein Besitzverhältnis und die lässt man sich nicht nehmen. Verschwörungsmythos. Früher Verschwörungstheorie, heute Verschwörungsmythos oder Erzählung, sind Fakten zum aktuellen Gestehen, Fakten zu den Dingen, die aktuell geschehen, die aber noch nicht öffentlich genannt werden sollen. Also es soll noch nicht öffentlich gemacht werden. Es soll lieber unter dem Deckel noch gehalten werden. Und deshalb sagt man, das ist ein Verschwörungsmythos. Und wenn es dann nicht mehr so verhindern ist, dass es passiert, was da passiert oder wenn es wirklich nicht mehr unter dem Deckel gehalten werden kann, dann wird der Verschwörungsmythos plötzlich von diesem Status entledigt und ganz selbstverständlich diskutiert. Das erleben wir aktuell wieder in gleich mehreren Fällen, die vor einem halben Jahr noch als Verschwörungsmythos von Nazis galten. Übrigens, dass jenes chinesische Geschenk an die Welt, ich nenne den Namen jetzt nicht, sonst beschwerst ich YouTube wieder, dass es ansteckend ist, Das galt zu Beginn an als Verschwörungstheorie von Rechten, die das angeblich nutzen, um die Welt gegen Asien aufzuhetzen. Also die Rechte, die immer Asien und Japan und so weiter als Vorbild nehmen, die die technische Intelligenz von China bewundern, sollen jetzt angeblich plötzlich dieses Geschenk aus der Suppe als Verschwörungstheorie verbreiten, bis es dann plötzlich kippte und jeder, der sagte, die Maßnahmen dagegen können etwas übertrieben sein vielleicht, der galt dann plötzlich als rechter Verschwörungstheoretiker. Also Verschwörungstheorie haben wir immer wieder erlebt, ist sehr konkret ein Propagandaausdruck für Fakten, die noch nicht öffentlich diskutiert werden sollen. V wie Vielfalt. Es ist ein ovisches Gegenteilwort, ein weiteres, siehe aber dazu auch bunt oder auch hier nicht genannt Replacement. Replacement ist ein besonders interessantes Wort, das ist ein Wort, was immer wieder auftaucht, aber wenn du es verwendest, dann wird dir gesagt, du bist ein rechter Schwurbler und ein Nazi, auch wenn die anderen es verwendet haben. Ja, so wie dieser neue, dieser große Neustart auf Englisch. Das Wort wird auch immer wieder verwendet, aber wenn du es sagst, dann bist du Verschwörungstheoretiker. Westliche Werte verteidigen. Es bedeutet wenig bis gar nichts, siehe auch unsere Art zu leben. Wissenschaft. Wissenschaft sagt, was immer die Wissenschaftler sagen, welche von der Regierung beauftragt wurden, zu sagen, was die Wissenschaft sagt. Der Trick ist hier die absichtliche Verwechslung, Vermischung, also dann auch Gleichsetzung eines Prozesses zur Erkenntnisgewinnung der Wissenschaft und einzelner Anwender dieses Prozesses, also ausgewählter Wissenschaftler. Es werden einige Wissenschaftler ausgewählt, zufälligerweise die, die etwas Ähnliche sagen, wie das, was die Regierung hören will, und dann sagt man, das ist das, was die Wissenschaft sagt. Und schließlich, wir müssen auch irgendwann Schluss machen, hier, nicht wahr? Z wie Zeitenwende, siehe auch Transformation. Ach, Freunde. Transformation und Zeitenwende bedeutet, dein Leben wird schlechter, aber irgendwer wird daran reicher und das bist garantiert nicht du. Soweit dieses unvollständige Lexikon. Ich danke allen Lesern bei X, die ihr eure Vorschläge eingereicht habt. Ich weiß, ich habe zu viele weggelassen. Den Link zu diesem Tweet, inklusive vielen schönen Antworten, findet ihr in der Textversion. Schreibt bitte unbedingt eure Vorschläge als Kommentar hier bei YouTube mit Erklärung. Freunde, wir sind wahrlich wie Fische, die im Wasser schwimmen und genau dies vergessen könnten. Oder nach Erich Kästner eine Ermahnung. Nie sollt ihr so tief sinken von dem Propagandakakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. So viel aber nun wirklich von mir für heute. Ich bin gespannt, was von euch noch kommt hier in den Kommentaren. Lasst uns gemeinsam klüger werden. Danke für eure Mitarbeit und für eure Unterstützung. Diese Arbeit ist nur mit euch möglich und das ist keine Propaganda. Okay, vielleicht ein bisschen. Passt auf euch auf.